Die meisten, die diese Instrumente bis jetzt gesehen hatten, glauben das sind Hanks oder Handpans aus der Schweiz ursprünglich. So ums Millennium herum haben das zwei aus einem Zufall heraus entwickelt. Die haben vorher Steeldrums gebaut, die Sabrina und der Felix. Man bekam ein Freund zu ihnen und wollte halt was mit den Händen haben, Hang heißt Hand. Diese Instrumente sind aus Russland. Die hat der Alexandrei vor vier, fünf Jahren entwickelt. Nennen sich RAV, R-A-V, V-A-S-T, die RAV, V-A-S-T und die sind geschnitten und nicht getrieben wie bei den Hanks und klingen zehn, zwanzig Mal länger aus im Release als die Hanks und haben eine ganz andere Obertonstruktur. Ich liebe es. Ich liebe es. Musik 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 Musik